Viertel sechs, traumhaft schön, kein Lüfterl und schon überraschende 18 Grad Morgentemperatur. Einstieg von Petty und Paul und ein paar Meter weiter links. Kaum zu verfehlen eigentlich, aber gut versteckt. Das ist die Höhle. Und über der Höhle gibt es einen Riss. Und da ist der Beutelstreicher. Die Tour startet aus der Höhle raus und wehrt dann nach links rauf. Vom Einstieg weg, geht es dann da rechts an die Kurve rauf und eigentlich über den Block über uns. Wir hoffen, dass es oben nicht so schwül ist wie herunten. Ich geh da hoch. Und häng schon gleich mal ein. Aha, schön. Was ein netter Zug ist. Ja, das ist für alle. Für alle beteiligt nicht mehr was Tolles. Was ist der Win? Das ist der Win. so wie kam er 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 ja ich hänge mich wieder vor ich hänge mich wieder vor loko loko ja 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 so wie kam er so Ich bin ein paar Potsche, das war doch. Ufff! Okay. Den Ring hoch, ne? Den Ring hoch, ne? Na ja, du musst halt rein, ne? Na, da ist sie keiner. Der hilft mir zwar nicht wirklich, was. Oh, das ist ein kleineser, das ist ein kleineser. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.